Was ich sicher mitnehmen kann von diesem heutigen Abend ist, dass ich sehe, was gemacht wird. Dass ich sehe, wie die Gelder gebraucht werden, wie die Kinder auch gefreut haben, wie wir an gewissen Videos haben können, und dass es auch wirklich eine gute Sache ist. Ich weiss jetzt mehr, unter welchen Bedingungen mein Paterkind leben könnte. Ich habe noch einmal eine Gauwärmung für die Reise, für den nächsten Frühling. Allerfalls darf ich das Land auch noch bereisen, wo mein Paterkind lebt. Durch immer Kontakt, den man mit dem Kind hat, durch Briefe. Man sieht wirklich, es kommt an. Das finde ich super. Wunderbar. Merci vielmals, Vanessa. Ganz schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.